einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu unserer zweiten social media vorlesung in diesem sommersemester wir haben uns in der letzten einheit zu beginn der vorlesung über ich sag mal den status quo die aktuelle social media landschaft nutzungszahlen und so weiter unterhalten da werde ich ihnen heute auch noch ein paar nachträge präsentieren ich habe letzte woche einen spannenden artikel gefunden der die die relevanten kennzahlen ganz gut zusammenfasst es gibt ja drei parameter die man betrachten kann wenn man die relevanz von social media netzwerken beurteilen möchte zum einen natürlich naheliegend die bloße zahl der registrierten nutzer nutzerinnen nicht unbedingt wahnsinnig aussagekräftig vor allem deshalb weil es in jedem social media netzwerk sehr viele ich sage mal karteileichen gibt das hat unterschiedliche gründe zum einen gibt es accounts die nicht mehr benutzt werden dass ich sage ich mal der kleinere teil zum zweiten gibt es natürlich auch den wie man das im normalfall nennt natürlichen natürlichen abgang todesfälle social media accounts auch ein thema mit dem wo es gar nicht so leicht ist damit umzugehen mit dem digitalen erbe aber der größte grund sind dass es auf so gut wie allen social media plattformen einen nennenswerten anzahl von bot accounts gibt automatisch registrierte accounts ich glaube ich habe auch fünf oder sechs facebook accounts eben um dinge auszutesten und so weiter und das sind natürlich keine echten menschen dahinter großen teil machen auch automatisierte scripts aus mittlerweile nicht mehr so einfach zumindest nicht ohne sim karte früher konnte man sehr einfach multiple accounts registrieren das heißt das treibt natürlich die zahl der nominell registrierten nutzer nach oben interessanter ist deshalb in vielen fällen die sogenannte m eu die manchli active users also pro monat aktive nutzer wie viele personen logen sich tatsächlich pro monat ein und der dritte parameter jetzt losgelöst von den direkten nutzungszahlen aber natürlich im wirtschaftlichen kontext äußerst relevant ist der umsatz bzw der gewinn dieser unternehmen sind also unterschiedliche kriterien nach denen man social media plattformen bewerten oder sortieren kann da werden wir heute noch einen blick drauf werfen den größten teil der heutigen einheit verwenden wir allerdings auf das thema definition social media definition was ist ein social media netzwerk dass sie ob sie kennen das alle aber selbstverständlich in der wissenschaftlichen betrachtung solcher netzwerke braucht man definitionen und kriterien und letztendlich ist eine definition natürlich eine abgrenzung also spricht da geht es um die frage wann ist ganz trivial gesagt wann ist eine webseite oder wann ist ein online medium ein digitales service ein social media service es gibt viele internetseiten wird sogar sagen die mehrzahl der internetseiten von standard kurier bis zu vielen blogs und so weiter die kommentarfunktion haben kommentare haben viel mit social media zu tun aber ist es deshalb eine social media seite im zweifelsfall wahrscheinlich bei den meisten seiten wie kommentarfunktion nicht aber die übergänge sind natürlich fließend ich betreibe selber ein blog oder habe früher recht intensiv ein blog betrieben und die von ihnen die entweder im unternehmen oder privat man mit wordpress zu tun haben die kennen vermutlich die möglichkeit dieses dieses cms systems über plugins über erweiterungen von denen viele kostenpflichtig aber noch mehr kostenlos verfügbar sind die funktionalitäten von wordpress zu erweitern in verschiedene formen in der standardversion ist ja wordpress ein relativ simpler mittlerweile gar nicht mehr so simpel webseiten editor mit dem sie webseiten bauen ursprünglich waren das nur blogs mittlerweile kann man sehr einfach alle möglichen arten von webseiten damit abbilden und über solche erweiterungen können sie dann auch im endeffekt ziemlich alle gängigen online formate vom online shop bis zum diskussionsforum und so weiter abbilden und es gibt auch mehrere plugins oder extensions für für wordpress die sich des themas social networking annehmen das heißt die rüsten also die funktionen nach registrierung haben sie ja wenn das der wenn das aktiviert ist sowieso bei wordpress aber sie bekommen dann nach der registrierung eben ein relativ umfangreiches nutzerprofil es gibt auch ein freundschaftssystem das heißt sie können sich damit anderen nutzer derselben seite vernetzen und die möglichkeit status updates zu posten bis hin zu gruppen und so weiter das heißt es gibt natürlich ich habe das selber auch einige jahre verwendet bei einer kleinen überschaubaren community von ein paar hundert leuten und sozusagen die technischen möglichkeiten um die strukturen abzubilden und selber ein social network zu betreiben die sind relativ easy aber was sind diese kernfunktionen was macht social media aus und zum dritten ich habe es ihnen in der letzten einheit bereits angedroht ich werde heute die erste unserer freiwilligen übungsaufgaben online stellen die wird überraschung überraschung die wird auch mit dem thema dieser vorlesung nämlich mit social media definitionen zu tun haben ein blick in den chat wie gesagt nutzen sie nutzen sie die möglichkeit posten sie ihre fragen in den live chat alessa les les möchte wissen kurze frage zum thema bonus punkte also wie bekommt man die für die sommer genau das passt genau das was genau zur übungsarbeit über die abgabe dieser übungsarbeiten sie kriegen von mir im lauf des semesters zwei freiwillige übungsarbeiten stelle ich im moodle online das sind pdf dieser hochladen kurze texte wir schauen uns die dann an und wir bewerten die jetzt nicht beliebel und auch nicht marktnoten wenn sie die anforderungen erfüllen dann bekommen sie pro übungsarbeit 2,5 bonus punkte genauso bei bei annie walther im b teil ebenfalls zwei übungsaufgaben ebenfalls je 2,5 bonus punkte also vier mal 2,5 maximal zehn punkte oder anders manche nennen es zehn punkte andere sagen ein notengrad angel das juke gute anmerkung die oder die plattform hat eine api twitter zum beispiel dann kann man die api abfragen und einen bot schreiben für die vielleicht weniger technisch versierten api steht für advanced programming interface und warum es dabei geht ist wenn sie jetzt an eine seite denken wie facebook dann hat man normalerweise im kopf dass wir die als menschen nutzen dass wir als menschliche nutzer entweder so wie ich jetzt hier vorm vom desktop und einige von ihnen wahrscheinlich vom laptop oder eben am smartphone auf mobilen applikation dass wir da facebook nutzen tatsächlich haben viele webseiten aber nicht nur menschliche nutzer sondern eben auch viele technische automatisierte zugriffe wenn sie beispielsweise an hashtag plattformen für instagram denken es gibt einige seiten mit denen können sie instagram hashtags recherchieren und um diese plattformen entstehen nicht so dass da eine redaktion sitzt und jeden tag schaut welche hashtags werden verwendet sondern das lässt sich über die api automatisch abfragen das heißt ein script das sie programmieren schickt eine anfrage an die instagram server wie viele nutzer hat dieser hashtag und bekommt dann automatisiert die antwort zurück da gibt es verschiedene technische standards sehr gängig in der übertragung von daten zwischen digitalen systemen ist das sogenannte json standard das können sich vorstellen wie eine art datei format ist ein xml format in dem dann die daten eben hin und her geschickt und übertragen werden das mit den hashtags ist nur ein kleines beispiel das passiert in sehr vielen fällen und tatsächlich in den ersten jahren von facebook war die api ich sage mal so recht weit offen so ziemlich jeder der sich registrierte als app developer konnte auf recht umfangreiche daten zugreifen das war nebenbei bemerkt auch überhaupt die technologische grundlage für den cambridge analytica skandal wenn sie sich daran erinnern das war diese app bei facebook die ein britisches ja letztendlich sagen spin doctor unternehmen online gestellt hat so ein simpler persönlichkeitstest und wenn sie da teilgenommen haben dann konnten die eben auf relativ umfangreiche daten ihres profils und teilweise auch ihre freunde zugreifen diese daten sammeln und daneben für ihre politischen kampagnen verwenden ich persönlich bezweifle die die effizienz dieser taktik aufgrund der datenqualität auf facebook sehr nichtsdestotrotz und da werden wir uns auch noch beim thema dsgvo intensiver damit beschäftigen nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr wichtig und das war ja auch der grundansatz beim europäischen bei der europäischen datenschutz grundverordnung dass die nutzerinnen selbst die oberhoheit die kontrolle über ihre daten behalten facebook hat dann aus unterschiedlichen gründen zum einen aufgrund dieser kritik aber zum anderen auch aus technischen gründen im lauf der zeit die den api zugang immer mehr beschränkt so wie die meisten netzwerke sie konnten vor was schon ein weilchen her ich glaube vor sechs oder sieben jahren beispielsweise mit relativ simplen api abfragen ihre eigenen linkedin postings oder die beiträge ihrer linkedin page eben sich über chasen schicken lassen und zum beispiel als social media wall in ihr eigenes wordpress inkludieren ist mittlerweile nicht mehr möglich wie gesagt facebook hat das auch sehr sehr begrenzt wenn sie mit diesen abis ernsthaft arbeiten wollen oder müssen als als social media programmierer dann brauchen sie ein whitelisting das heißt sie müssen sich registrieren und je nachdem auf welche funktionen sie dazugreifen möchten ist facebook recht benibel geworden und sie müssen dann sehr sehr bald einen firmennachweis hochladen ich war relativ baff das funktioniert in österreich gar nicht mit einzelunternehmen das heißt da brauchen sie ein eingetragenes unternehmen ausweis und so weiter um eben diese daten schwieriger zugänglich zu machen das ist der der eine grund das andere ist natürlich auch dass alle diese unternehmen sich nicht im vollen umfang in die karten schauen lassen und natürlich nicht jedem erlauben alle diese daten abzusaugen ich habe es auch schon letztes mal erwähnt der kollege der der luca hammer der sehr lange diese twitter visualisierungen gemacht hat der benutzt eben auch die api dafür geht man da nicht her und schaut sich händisch sozusagen hunderte oder tausende twitter accounts an dass wir auch kaum durchführbar sondern fragt diese daten über api calls ab alle diese plattform begrenzen auch die quantitative menge an api calls wie oft dürfen sie pro stunde abfragen wie viele follower ein hashtag hat beispielsweise wenn sie da mehr brauchen weil sie zum beispiel ein entsprechendes service einbauen dann müssen sie eben von diesem jeweiligen anbieter gewaltlistet werden also der muss ihnen den zugriff erlauben api spielen eine große rolle auch in der interkonnektivität sie kennen vermutlich auch von vielen online shops webseiten die möglichkeit dort wo sie sich registrieren müssen dass sie anstatt einer registrierung wo sie ihre e mail adresse und ein passwort und diverse sonstige daten hinterlegen sich via google facebook oder andere provider registrieren diese registrierung ist ebenfalls technisch gesehen ein api call und ob dann das authentifizierungs fenster auf also das sind alles diese automatischen zugriffe nas das ja hat eine pragmatischere frage und wann werden wir folien und oder eine zusammenfassung bekommen streichen sie das und es gibt keine folien es gibt die die aufzeichnung und die zusammenfassung die stelle ich jeweils am ende dieser einheit online das heißt sie kriegen direkt im anschluss an die einheit die zusammenfassung der letzten einheit und diese aufzeichnung ex male excel wollte dasselbe wissen aber an dieser stelle eine anmerkung ich würde für die für die prüfung würde ich ihnen auf jeden fall empfehlen die zusammenfassungen zu lesen und die aufzeichnungen auch anzuschauen haha j kill cms und github ist gleich live da spielt jemand gerne mit solchen tools ja dass das sind beide ich kenne beide übersetzungen advanced programming interface oder application programming interface haha jason twitter hat ein vergleichsweise simples api und da ist immer wenn sie wie gesagt nicht tausende oder millionen zugriffe brauchen da ist immer noch relativ möglich nein die zusammenfassung zur letzten einheit gibt es zurzeit noch nicht auf moodle die lade ich im anschluss an diese einheit hoch wie kommen sie immer eine mit mit einer woche verzögerung ja und damit zum thema social media definitionen ich werde ihnen zum einstieg ein wahnsinnig altes video vorspielen historisch geradezu nicht aus dem 1000 api anfragen pro tag genau und das ist um das um das eben noch zu erklären das klingt jetzt nach viel 1000 api anfragen pro tag aber wenn sie jetzt beispielsweise eben über diesem beispiel zu bleiben die follower von hashtags abfragen möchten dann ist jede hashtag abfrage ein api call also könnten sie sozusagen 1000 pro tag abfragen und wenn man jetzt eine suchmaschine mit mit hunderttausenden oder mehr hashtags anbieten möchte dann wird das schon knapp da muss ihnen wieder schon sozusagen mehr zugriffe erlauben ja uraltes video von 2008 das sind 14 jahre unfassbar viel passiert in dieser zeit auch social media plattformen das ist von common craft einem britische agentur die machen sind relativ legendär für ihre erklärvideos und das ist zwar sehr simpel aber das trifft ganz gut des pudelskern simple erklärung aber trifft sehr viele kernaspekte von social media nebenbei bemerkt wenn sie sich die entwicklung des eiscreme marktes der letzten 20 jahre ansehen dann werden sie feststellen würden sie feststellen wenn sie vergleichsfotos zum beispiel vom durchschnittlichen biller tiefkühl eisregal gemacht hätten dass es da mittlerweile ja tatsächlich nicht nur bei der people made ice cream sondern generell eine explosion an optionen gibt ich brauchte letztens ich brauchte letztens kauf selten ich kaufe selten eis im supermarkt aber ich brauchte letztens vanille eis und war ganz überrascht von wiegen odli hatte zeit auch eine eigene eiscreme also basierend auf hafer drink bis hinzu klassische eiscreme kalorien reduziert pen and cherries hängen das die einschlägigen anbieter das ist viel viel mehr als früher cremstaler eismacher und wort not es gibt in wien veganister und viele eis salons und tatsächlich diese entwicklung wie sie hier beschreiben sozusagen nur um social media zu illustrieren die passiert ja tatsächlich wieder ein großer fan mittlerweile von kernöleis aber wie auch immer das heißt social media ermöglicht mehr diversität mehr vielfalt und das zeigt sich am ökonomischen sektor ganz stark wenn es auch wenn sie die großen player hernehmen ein sehr rasanter und sehr schnelllebiger markt im vergleich zum zu europa ist zum beispiel japan sehen sie auch wenn sie sich japanische fernsehspots anschauen sind wesentlich schneller und rasanter geschnitten als die in europa und amerika und ganz interessant finde ich bei coca cola bringt in japan im monat vier bis zehn neue produkte auf dem markt jedes monat sind an die 100 produkte pro jahr und jetzt fragt man sich natürlich wird da immer werden die regale immer länger nein über 90 prozent dieser produkte verschwinden nach wenigen wochen wieder aus dem regal die probieren aus was funktioniert und diese multi optionalität ist sicher etwas das durch durch social media überhaupt erst in der form möglich geworden ist das gilt natürlich nicht nur im food bereich wenn sie beispielsweise im die rye kraft unterwegs sind selber selber mode produzieren in klein oder kleinst serien oder das einzelstück denken sie an services wie ec da fungiert social media natürlich als connector der sehr detaillierten oder sehr sehr kleine nischen märkte durchaus auch international zusammenführen kann an dieser stelle gerade auch weil in dieses video natürlich social media ist auch ein kurzes simplifiziertes video uneingeschränkt positiv erklärt es gibt natürlich bereits nicht erst seit social media sondern ich würde mal sagen als parallele der entwicklungslinie zur in der gesamten mediengeschichte sehr viele dystopische entwicklungen nur eine der der intelligentesten und wohl auch bekannteren ist george orwell 1984 das er 1948 veröffentlicht hat wo es eben um die um den totalen überwachungsstaat geht er kennt man einiges wieder mittlerweile aber es nicht die einzige dystopie ein zweites thema das schon sehr lange begleitet ist natürlich die verdummung die durch medien passiert das waren das kann sich kaum vorstellen aber das war zu beginn der unterhaltungsliteratur eine große befürchtung dass die kids nun mal lesen würden und sich von der richtigen welt vollkommen abschotten dann gab es irgendwann die fernsehsucht die gefährlichen computerspiele und mittlerweile ist es eben social media dass unsere kognitiven fähigkeiten vollkommen ruiniert und tatsächlich gibt es einige belege dass man von social media sucht haben sie ja schon öfter gelesen werden wir auch noch etwas genauer hinschauen aber im wesentlichen was für mich sehr aufschlussreich war ist das eigentlich mit der findung jedes neuen medientipps viele autoren nil postmann ist ein gutes beispiel er hat viel über fernsehen geschrieben gab es immer einige autoren die sich absolut sicher waren dass unsere kultur an dieser stelle endet weil wir irgendetwas anders machen als früher kann das ja nicht mehr funktionieren wie gesagt social media bringt viele probleme aber ich würde diese dystopien nicht dystopien nicht sehr überbewerten mir persönlich macht die überwachung oder das überwachungspotenzial mehr sorgen aber da mit diesem thema werden wir uns wieder dsgvo noch näher befassen gute frage von corara 1 aber zu viele optionen führen doch auch zu verwirrung und wird unübersichtlich tatsächlich und deswegen ist auch ein großes thema wie clustere ich das ganze wie bringe ich personalisierte inhalte für sie in ihren feed die meisten von ihnen werden vermutlich kein überbordendes interesse an verschiedenen metallurgischen zusammensetzungen in verschiedenen stellen haben ich sammle seit längerer zeit messer interessiert mich auch für werkzeug und so weiter und bin da auf diversen plattformen registriert und auf facebook und linkedin wissen mittlerweile auch dass mich dieses thema interessiert und kommen da sehr sehr spezifische inhalte die ich sage mal für die meisten anderen vollkommen uninteressant werden und so ist für die meisten von uns werden themen für die wir uns sehr spezifisch interessieren und da ist social media sozusagen ein ein mechanismus der eine feindliedrigere verteilung schafft aber sie haben vollkommen recht tatsächlich ist es so dass multi optionalität auch zu entscheidungs lähmung führen kann das heißt das grundprinzip von social media ist ja nicht dass man ihnen im newsfeed alles präsentiert und sie wählen dann aus sondern es gibt diese vorselektion über den algorithmus zu dem thema das sie ansprechen gibt es hochinteressante untersuchungen von robert b cialdini geschrieben mit c das ist ein amerikanischer psychologie professor lehrt auch noch an der an der universität ich weiß nicht an welcher aktuell und die große autorität im thema persuasion manipulation überredung und da sehr viele studien dazu gemacht wie bringt man personen dazu ihr verhalten zu ändern da geht es um eine sache die ja der viele jahre untersucht hat kennen sie sicherlich aus ihren hotelübernachtungen ich glaube es gibt mittlerweile so gut wie kein hotel wo sie nicht im badezimmer diesen zettel finden wenn sie ihre handtücher mehrmals benutzen wollen dann hängen sie bitte eine stange und ansonsten auf dem boden kennen sie alle und da ist natürlich die frage sein großer ökonomischer faktor für die hotels waschen ist relativ teuer und das ist natürlich eine umweltbelastung jetzt können sie das unterschiedlich formulieren können reinschreiben wenn sie ihre handtücher zweimal verwenden dann helfen sie uns 90 prozent waschmittel und wasser zu sparen keine ahnung oder sie können sagen unterschiedliche varianten diese botschaft zu formulieren und und cialdini hat sich dafür interessiert welche variante führt zu der größten einstellungsänderung und das war ganz interessant hat sich ganz klar eine variante durchgesetzt was meinen sie vorschläge vorschläge in den set sie könnten ja mit mit appellativen hat da wirklich relativ unterschiedliche varianten ausprobieren könnten ja sagen wenn jeder seine handtücher nach einmal gebrauchung wegwäscht dann verschmutzen unsere flüsse unsere kinder haben keine lebenswerte umwelt mehr also sagen furcht angst appelle sie könnten an die an das verantwortungsbewusstsein der einzelnen appellieren man muss extra zeigen wenn man neue handtücher will der ökonomische faktor wäre immer eine möglichkeit ich glaube ein grund warum manche manche budget hotels machen das ja mittlerweile tatsächlich normalen teuren hotels wäre das glaube ich für die meisten gäste nicht akzeptabel wenn ich in dem hotel keine ahnung kommt darauf an wo 100 200 300 euro die nachtzahl dann werde ich wahrscheinlich nicht für die handtücher extra zahlen wollen könnte man natürlich sagen du kriegst ein set beim einchecken und dann wenn du frische brauchst aber er hat sich da nur ohne ohne sozusagen eine finanzielle komponente einzuführen er hat sich da ganz auf die formulierung dieses aufrufs konzentriert und die variante die zu am die den höchsten prozentsatz der gäste dazu bewogen hat ihre handtücher wieder zurück an die stange zu hängen das ist ja in dem fall das erwünschte verhalten das war ein faktor ich hätte auch auf weltverbesserung gibt aber das war es ganz und gar nicht das war ein faktor der auch im social media bereich eine große rolle spielt nämlich social proof beziehungsweise auch unser wunsch uns bis zu einem hohen grad konform zu verhalten das schlugt sich nieder in der formulierung 70 prozent unserer gäste verwenden ihre handtücher mindestens zweimal das war die gewinnende formulierung und er hat dann auch noch ausprobiert mit welchen zahlen funktioniert das am besten bei 90 prozent ist wieder runter gegangen das hat man offenbar wohl nicht geglaubt aber es musste deutlich über der mehrheit sein und eine und überlegen sich mal was das bedeutet für für postings die sehr viele likes oder kommentare haben ist auch der grund warum instagram die öffentliche anzeige der likes abgeschalten hat und eine der fragen mit denen sich charlene ebenfalls befasst hat war genau dieses thema auf das sie sich jetzt bezogen haben diese multi optionalität das hat er operationalisiert in supermärkten marmelade regal sie haben zwei marmelade sorten sie haben zehn marmelade sorten oder sie haben 100 marmelade sorten ist die frage welche menge an optionen führt zur größten erhöhung des gesamtumsatzes und das war tatsächlich so dass es da eine relativ relativ schnell eine grenze gab und relativ klar war wenn ich eine unüberschaubare zahl von haben laden da vor mir stehen hat dann führt das bei einer messens bei einer messbaren zahl von leuten dazu dass sie weniger marmelade kaufen sie es gibt auch seine sweet spot zwischen zu wenig optionen und zu vielen und ich glaube dieser sweet spot ist wenn man es auf social media überträgt auch ein ganz ein ganz zentrales thema für die gestaltung des news feeds ja edward snowden ist tatsächlich ein held ich meine ist auch finde ich auch interessant nichts nichts von dem was was edward snowden veröffentlicht hat war nicht vorher schon bekannt und benivell dokumentiert aber das hat dem ganzen natürlich eine vollkommen andere öffentliche reichweite verliehen es gibt übrigens einen österreichischen journalisten die online journalisten erich möchtel der hat auch ursprünglich die war der war lange zeit chefredakteur der future zone die gehörte ja früher mal zum orf bis er dann der kurier gekauft hat und erich ist ein guter bekannter von mir hat im cd magazin ich glaube zwei oder drei jahre vor den veröffentlichungen von ed snowden eine vierteilige serie über echelon geschrieben ein überwachungsnetzwerk der europäischen union was da möglich ist was da geht wurde damals noch verlacht als spinner not so much anymore in schuld dass duke schreibt ganz ehrlich man sollte sich glaube ich keine illusionen machen dass unsere gesellschaft wesentlich dümmer geworden ist seitdem es social media gibt weil alles valide ist und jeder seine meinung und ansicht zu xy themen alles an kann wenn man so einen wilden westen an ansichten hat gibt es keine wahrheit mehr sehr interessante argumentation könnten wir jetzt beide uns in ein privatisierung begeben und stundenlang darüber diskutieren um das ganze in einen etwas größeren referenzrahmen zu stellen die französischen poststrukturalisten und auch die radikalen konstruktivisten beschäftigen sich in ihren werken schon lange zu lange mit diesem thema und nein natürlich gibt es keine wahrheit im radikalen konstruktivismus arbeiten wir mit einem abgestuften könnte man sagen realitätsmodell es gibt die wirklichkeit und wenn man sogar so gratis ausdrücken will die wirkliche wirklichkeit ist für uns nicht erkennbar da ist auch noch unsere wahrnehmung dazwischen dann gibt es die realität was ist dieser lehrer sozusagen kollektiv als wahr empfunden wird und dann gibt es die persönliche wahrheit und irgendwo auf diesem spektrum spielt sich das ab die illusion dass es eine eine einzige gültige gemeinsame wahrheit gebe betrifft auf viele naturwissenschaftliche fragen zu und wenn sie das atomgewicht von wasserstoff messen dann gibt es eine richtige antwort oder die frage wie richtig ist ihre antwort hängt nur davon ab wie genau sind ihre messgeräte wenn man in der modernen teilchenphysik genauer hinsicht und sie kennen dieses thema mit der quantenphysik die die physiker eben sagen interessant wäre seit 40 jahren entdecken wir im gravidron im teilchenbeschleuniger immer genau jene teilchen die vorher mathematisch postuliert wurden da wird es auch kompliziert nicht mal dort gibt es eine gemeinsame verbindliche wahrheit und die frage ist jetzt in bezug auf das mediensystem wenn sie daran denken dass wir im normalfall und sogar ein so normativer medienethiker wie jürgen habermas beispielsweise sieht ja medien unumstritten als vierte gewalt in einem staat das ziel des der österreichischen medienpolitik der medienförderung besteht darin speziell in einem relativ kleinen land durch ziemlich viel geld dass der staat in die hand nimmt ein vielfältiges mediensystem zu garantieren aus dieser grundidee heraus dass wir uns eine meinung bilden können aus einer vielfalt von standpunkten das würde ihrem argument durchaus entgegensprechen auf der einer seite weiß ich natürlich was sie meinen die französischen poststrukturalisten speziell foco und jacques derrida haben da auch über dieses dieses zeitalter der sogenannten postmoderne häufig beschrieben als das zeitalter der beliebigkeit ich bin ja ich persönlich bin immer sehr vorsichtig damit das qualitativ zu bewerten ich glaube nicht dass eine eine erhöhung der zahl von unterschiedlichen meinungen oder zunahme der zahl von unterschiedlichen meinungen notwendiger weise zu einer talen beliebigkeit führt auf der anderen seite das natürlich auch ein großes thema die manipulationsmöglichkeiten sind ziemlich gigantisch wir leben wir erleben derzeit eine eine furchtbar drastische humanitäre krise wenn sie das ganze medienbereich ein wenig beobachten ist glaube ich ziemlich klar dass medien eine große rolle spielen wie lange ist es jetzt her zwei oder drei tage dass die diese ausgesprochen mutige russische journalistin der nachrichtensendung mit dem plakat und stoppt den krieg vor die vor die kamera getreten ist das haben wir mitbekommen weil es alle medien berichtet haben es ist aber de facto seit einiger zeit unmöglich rt also russian television in europa wo innerhalb der eu zu sehen twitter account youtube ist gesperrt natürlich ausgehend von der idee dass man da radikalisierung und propaganda verhindern möchten das ist auch das ist auch so ein thema das kann man immer von zwei seiten diskutieren die personen die sagen es eine gute idee russian russian television zu sperren weil die machen sowieso nur propaganda im sinne von putin die sehen das gefahrenpotenzial vor allem darin ist ein relativ kleiner teil der gesellschaft vorwiegend über art informiert und dadurch ein sehr verzerrtes bild der wirklichkeit bekommen könnte die große masse der bevölker und ich denke da werden sie mir alle zustimmen konsumiert innerhalb der europäischen union nicht art als primäre informationsquelle könnte man natürlich sagen das ist ein standpunkt den sollte man zulassen aber tatsächlich muss die politik ja immer neu verhindern verhandeln welche standpunkte sind akzeptabel auch erwähnenswert in diesem zusammenhang das ja ganz frisch sozusagen die afd in deutschland ich weiß nicht ob es jetzt wirklich der heuristische organisation eingestuft wurde auf jeden fall darf die staatsanwaltschaft jetzt die afd beobachten ist das eine legale partei oder nicht doch sogar das ist ein langer diskussionsprozess richtige welt ist ziemlich komplex ja andere bis das geht genau in die richtung mit den anderen besuchern ja durch einen oz da haben da haben sie vollkommen recht durch einen ozean aus meinungen wird natürlich sehr viel relativiert wir haben da ja wunderbare beispiele ich glaube die die zwei kobe jahre werden neben all ihren anderen auswirkungen auch fantastisch viel analyse material bieten in den nächsten jahren wenn ich jahrzehnten was da alles medial passiert ist ich ja weil sie das thema ansprechen von von nanobots die da im impfmittel enthalten sein sollten bis zu ja jede wirde verschwörung man muss sich dann letztendlich gesellschaftlich ja doch auf eine mainstream meinung ändern ja super fangirl 9000 wenn ich jetzt auf den den kommentar starren könnte als kommentar des tages würde ich das machen es gibt keine objektive wahrheit absolut nicht und je länger sie sich theoretisch damit befassen religion ist auch ein guter hinweis ja aber damit wieder zurück zu unseren social media definitionen ich habe ihnen vorher noch gesagt ich möchte noch kurz einen beitrag zeigen den werde ich dann auch verlinken weil wir das letzte mal über die zahlen und daten gesprochen haben das ist so der aktuellste vergleich den ich gefunden habe wurde im juni 21 gepostet aber inzwischen schon mal aktualisiert die zahlen und zwar wollte ich ihnen diese tabelle hier zeigen wir haben hier bei den großen social media plattformen eben wie schon erwähnt zum einen diese die monthly active users revenue also ja das wäre der 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 umsatz das gründungsjahr und das lage der headquarters facebook ist da wenig überraschend auf platz 1 sowohl von den monthly active users als auch vom umsatz her youtube sagen wir letzten mal auch erwähnt folgt an zweiter stelle kommt auch schon was ab dass er auch zu facebook beziehungsweise zu meter gehört genauso wie instagram dick dog bereits an fünfter stelle gefolgt von snapchat reddit pinterest twitter und linkedin das letzte mal auch erwähnt ist hin bei 800 millionen registrierten nutzer aber wie sie hier sehen 310 millionen recht typisch dass man einen gerade bei einem bürosnetzwerk das von einem nicht unbeträchtlichen teil der nutzerinnen und sehr punktuell genutzt wird also spricht dann wenn man konkret einen einen job wechsel plant und sie haben in diesem artikel auch die top 10 social media apps also da geht es um die die aktive nutzung auf den mobilgeräten auch da ist facebook wenig überraschend an erster stelle ist auch glaube ich auf den meisten smartphones außer denen die wirklich mit android vanilla ausgeliefert werden standardmäßig vorinstalliert dann kommt dann zweiter stelle youtube whatsapp instagram tick tocks snapchat reddit pinterest twitter und linkedin also auch diese nutzung über smartphone über die applikation spiegelt wenig überraschend den trend der aktiven nutzer wieder sie haben dann hier noch ein paar detailinformationen wie gesagt das werde ich ihnen verlinken aber kommen wir jetzt zu dem thema definition was macht man wenn man eine definition sucht dann googelt erst mal und dann findet man in vielen fällen merriam webster eine durchaus angesehene lexikalische autorität vor allem im angloamerikanischen raum was sagt merriam webster über social media die definition von social media ist forms of electronic communication such as websites for social networking and micro blogging through which users create online communities to share information ideas personal messages and other content such as videos also was steckt da drin verschiedene formen elektronischer kommunikation könnte wahrscheinlich auch sagen digitaler kommunikation wie beispielsweise webseiten für social networking oder mikrobloggen ein gängiger begriff für die kurzen nachrichten wie man sie auf twitter oder teilweise auch auf tumblr verfasst durch die die nutzerinnen online communities entstehen lassen um informationen und informationen ideen persönliche nachrichten und andere inhalte wie beispielsweise videos auszutauschen diese definition umfasst relativ viele aspekte von social media wikipedia hat es dann natürlich noch mal etwas ausführlicher social media rr ist ja ein plural wort im englischen da gibt es kein das medium da gibt es nur die medien und kommt aus dem latinischen media ist der plural von medium social media are interactive technologies and digital channels that facilitate the creation and sharing of information ideas interests and other forms of expression through virtual communities and networks while challenges to the definition of social media arise due to the variety of standalone and built-in social media services currently available there are some common features erstens social media interactive web2o internet based applications zweifellos ein ganz wesentlicher aspekt von social media dass es sich im internet oder online abspielt zweiter punkt user generated content such as text posts or comments digital photos or videos and data generated through all online interactions is the lifeblood of social media da sind wir bei einem ganz zentralen begriff ugc user generated content eine wesentlich ein wesentliches alleinstellungsmerkmal von social media plattformen gegenüber anderen formen der kommunikation ist dass der großteil der inhalte wenn nicht sogar alle inhalte von den nutzerinnen selbst generiert werden das trifft nicht auf jedes social network im selben ausmaß zu linkedin beispielsweise betrieb betreibt in vielen ländern redaktionen die auch selbst artikel verfassen zusammenfassungen machen inhalte kuratieren facebook hat eine zeit lang eigene inhalte produziert das sind aber wirklich minimale anteile der absolut überwiegende teil kommt von den nutzern selber und was sind diese inhalte auch das steckt hier in diesem zweiten punkt drin das sind zum einen die medien die inhalte die da wirklich hochgeladen werden und zum anderen sind das auch die metadaten die durch die nutzung generiert werden sie sind gerade auf facebook eingeloggt und sehen eine werbung klicken da drauf kommen auf eine seite über digital fotografie bang schon hat ihnen das system das interesse digital fotografie zugeordnet und die kamera wird sie die nächsten monate quer durch das internet verfolgen drittens users create service specific profiles vor der website oder app wetter designed and maintained bei der social media organisation da geht es um zwei aspekte zum einen hostet social media plattformen werden im normalfall es gibt wie gesagt auch diese vorhin erwähnte wordpress plugin da können sie ein eigenes social network betreiben aber die großen werden im normalfall von third parties betrieben das heißt infrastruktur auf servern letztendlich haben die auch die hand drauf betreiben die infrastruktur und die nutzerinnen registrieren sich dort und legen sich ihr persönliches profil an social media plattformen sind manche teile davon sind öffentlich zugänglich sie können facebook pages oder instagram accounts bis zu einem begrenzten gerade aufrufen wenn sie einem anonymen browserfenster nicht eingeloggt sind aber der großteil der inhalte ist eben nur für die eingeloggen nutzer sichtbar und es gibt ja je nach social network unterschiedlich ausgeprägt bei twitter sehr simpel dass ihr account entweder öffentlich oder privat bei facebook sehr viel feiner abgestuft unterschiedliche labels von privatsphäre mit denen sie entscheiden muss funktioniert technisch nicht immer so ganz aber mit denen sie zumindest potenziell entscheiden wer darf welche inhalte die veröffentliche hier sehen und wie gesagt es sind spezifische webseiten oder applikationen die von diesen jeweiligen organisationen angeboten oder betrieben werden also der facebook client für smartphone genauso wie die webseite und viertens social media helps the development of online social networks by connecting users profile with those of other individuals or groups und da sind wir eben bei diesem argument der klasterung das kennen vielleicht charon lanier der pionier der virtuellen realität er hat übrigens tatsächlich diesen begriff virtual reality erfunden ist ein wissenschaftler der sich schon sehr lange mit digitalen welten befasst er hat auch sehr beeindruckend lange raster das ist charon lanier sehr sehr charismatischer vortragender und er hat ein buch er hat mehrere bücher geschrieben auf einigen jahren hat er ein buch geschrieben wo es eben auch um dieses thema geht wie uns social media verdummt und das war für mich sehr aufschlussreich er beschreibt durchaus zu recht einige problematische aspekte es gibt ein kapitel in diesem buch wo er sagt eigentlich für ihn persönlich ist social media in aus einem grund ganz ganz großartig er interessiert sich nämlich für mittelalterliche musikinstrumente sie wissen ja es gibt diese veranstaltungen oft in kombination mit cosplay oder oder computer auch rein nur als mittelalter labs wo eben leute in mittelalterlichen kostümen hingehen ihre mittelalterlichen instrumente spielen man bekommt dort auch sehr akzeptables med und da gibt es ja meine community interessiert sich für diesen instrumenten bauen er sagt das ist immer sehr schwierig da sind nicht sehr viele leute die zu finden und das ist toll an social media weil das interessiert mich und da finde ich die gleichgesinnten das war für mich deshalb sehr ausschlussreich weil es immer sozusagen sehr leicht ist natürlich die problematik von social media und die verdummung und so weiter zu kritisieren aber letztendlich ist es für die meisten dann doch so dass daraus ein nicht unbeträchtlicher mehrwert entsteht hinrich 10 10 schreibt im sinne einer pressefreiheit sollten alle sender senden dürfen solange es nicht zu strafdaten wie zum beispiel volksverhetzung kommt deswegen halte ich das verbot von rd für falsch ich verstehe beide seiten argumentation ich persönlich halte auch für falsch und ich fühle mich bis zu gewissen grad sogar persönlich beleidigt dadurch wie gesagt deswegen habe ich das auch erwähnt man will natürlich in dem sinn vulnerable oder leicht beeinflussbare gruppen schützen im normalfall entscheiden wir in demokratien nach der meinung der mehrheit ich war auch kein stammseher von arti aber ich habe während des syrien konflikts teilweise ganz gern sowohl die arti berichterstattung als auch die cnn berichterstattung und da haben sie zwei ziemlich kontäre gegenpole gehabt mir angeschaut und die frage ist halt sozusagen ist das eigentlich gerechtfertigt dass uns unsere politiker oder die entscheidungsbefugten für dermaßen leicht beeinflussbar halten das hängt natürlich auch damit zusammen was was für ein menschenbild man überhaupt in demokratien hat und vertritt ich finde es auch nicht gut ja social dilemma ist auch ein sehr sehr empfehlenswertes werk wer entscheidet dann was volksverhetzung ist natürlich der gesetzgeber letztendlich das parlament und die ganzen vorgelagerten mechanismen und wir haben in österreich ein sehr spezifisches gesetz das in deutschland in der form ja nicht gibt auch in anderen ländern nicht das ns verbotsgesetz das symbole und so weiter unter strafe stellt das war ganz klar so ein entscheidungsprozess ein beispiel der afd vorher das entscheiden rechtsexperten was im rahmen unseres systems möglich ist oder nicht nicht nur nicht nur in diesen bereichen denken sie an jan böhmermann und denn wie war das denn ziegen f punkten punkt song in dem er erdogan beleidigt hat dass sie ja gerade eine geradezu eine kleine internationale staatskrise ausgelöst hat das war noch luxusprobleme vor corona und dem ukraine krieg also auch da taucht dann die frage auf was ist satire was darf satire das muss permanent neu verhandelt werden da gibt es keine da ändert sich ja auch sehr viel in der gesellschaft nicht nur dort übrigens wenn sie sich mal anschauen das sind alles sehr fluente kategorien allein was ich in den letzten 40 jahren im internationalen manuell der psychopathologien getan hat das glauben oder nicht es gibt viele psychische zustände und pathologie die mittlerweile nicht mehr als pathologien gelten vor 40 jahren aber schon das sind alles fluente kategorien wenn sich die hand brechen und sie haben ein röntgengerät dann können sie relativ leicht feststellen ist die hand heil oder nicht meisten anderen fällen ist es bei weitem nicht so simpel der staat basierender fahrs basierend auf den demokratischen institutionen natürlich zz die mit ich bin zwar kein nazi beginnen sind 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 oft im normalfall meistens sehr problematisch aber in dem fall findet es dort kann so passen aber sonst ist es nicht besser alles zu erlauben und eines kurs in der gesellschaft zu starten statt parteienmonto zu machen das was sie das skizzieren das ist grundsätzlich durchaus meiner persönlichen position näher als einer stärkeren medienkontrolle es wäre eine sehr liberale oder liberalistische position wie sie in amerika ja auch üblich ist was durchaus sehr rechte medien gibt und ein weniger in amerika mehr sehr rechte nicht sehr viele sehr linke und ich glaube es haben beide systeme ihre vor- und nachteile auf der einen seite gibt es ganz offensichtlich vulnerable gruppen nicht mehr schützen muss und man kann nicht alles erlauben dass es zum beispiel zu pornografie und glücksspiel recht strenge zutrittsregeln gibt die fall mit der volljährigkeit zu tun haben macht schon sinn bei politischer information ist es sicherlich ein thema das man laufend neu bewerten und evaluieren muss das andere problem ist ja auch es geht immer um die grenze wo wo beginne ich dann zu zisieren was kann ich leuten zumuten und was nicht und bis zu einem gewissen grad ist kann da social media natürlich auch ein korrektiv sein ja leute durch geschichte und fakten aufklären anstatt ihnen etwas zu verbieten das ist auch etwas dass man corona sehr deutlich gesehen hat fakten setzen sie nicht immer und unbedingt durch es soll ja auch bevor leute geben dass wirklich leute geben die nicht als als witz sondern wirklich der meinung sind dass der der scheibe ist fakten setzen sich nicht immer durch aber bei der mehrheit mittlerweile schon erich begalke macht das auch so wie ich habe mir die regelmäßig angeschaut um auch zu untersuchen wie manipulation funktioniert ja sehen hier wenn man als fürsorge die pressefreiheit einschränkt kann man alle zensur einschränken das ist gefährlich das fasst meine meinung zu dem thema sehr gut zusammen ja ich habe es mir auch genau aus dem grund ganz gern angesehen weil das sensibilisiert übrigens auch für die bayern ist ja bei gott nicht so dass jetzt cnn oder die westliche berichterstattung in allen fragen die objektive wahrheit verbreiten würde mit manipulation und sind auch dieser ist vielleicht offensichtlicher und was passiert dann wenn wir in die regierung kommt die autoritären tendenzen zeigt dann kann man die gesellschaft auch manipulieren ja selbstverständlich unser commitment in den westlichen demokratien ist es ja dass wir unser system und unsere entscheidung finden unsere wahlen für ausreichend stark halten um so etwas letztendlich zu verhindern und wenn sich anschauen wieder wie die österreichischen gesetze gebaut sind dann gibt es die normalen gesetze die mit mindestens 50 prozentiger mehrheit im parlament beschlossen werden müssen und darüber die verfassungsgesetze und da haben zwar in österreich in den 60er und 70er jahren viele große koalitionen enorme scheiße gebaut sie brauchen für verfassungsgesetz zwei drittel mehrheit und als spö und övp gab phasen im parlament da hatten diese zwei drittel mehrheit und die haben da nur um zu verunmöglichen dass diese gesetze nachher wieder simpel außer kraft gesetzt werden können viele gesetze zum beispiel das taxifahrergesetz in verfassungsrang beschlossen die dort nichts verloren haben aber wenn man das mal beiseite lassen ist ja die idee dass es in unserer verfassung bestimmte grundsätze gibt die unumstößlich sind sie können wenn eine eine partei mit autoritären tendenzen in die regierung gewählt werden würde dann kann die trotzdem deswegen nicht maximal ihre ihre legislaturperiode dort verbringen oder es muss eben tatsächlich einen system umsturz oder putsch geben dagegen ist unser system legislativ schon ganz gut gestärkt und dann ist aber eben die frage welche parteien sind im demokratischen spektrum zulässig ein thema das mit dem ja vor allem die fb immer wieder mal befasst ist ja es gibt den vfgh der wird sich ja auch noch mit der impfpflicht intensiv beschäftigen ja vfgh ist natürlich dein einzig das war das war übrigens der grund danke dass mich daran erinnern der vfgh prüft verfassungsgesetze nicht die mit zwei drittel mehrheit beschlossen wurden das war einer der gründe warum die das damals ungerechtfertigter weise so gemacht haben die definition von social media die ich in der praktischen arbeit für am besten händelbar halte wurde publiziert in diesem artikel werde ich ihnen auch verlinken erschienen in business horizons 2011 veröffentlicht von jan kiezmann christopher herm kreis ein p mccarthy und bruno silvestre ein internationales forscherteam die sich da mit der frage befasst haben was was macht eben den medientyp social media aus und in diesem artikel werden bestimmte building blocks beschrieben das sind sieben stück und zwar geht es bei diesen building blocks ganz konkret sieben eigenschaften die typisch sind für social media plattformen dann möchte ich mit ihnen gerne reinach durchgehen das erste ist identität oder identity das hat eben damit zu tun dass wir uns auf social media plattformen selbst repräsentieren technisch realisiert wenn sie so wollen in form der registrierung und in form des betriebs des eigenen profils also selbst repräsentation identität zweite punkt sind conversations schwer vorstellbar dass es eine social media plattform gibt auf der dieser aspekt keine rolle spielt also die kommunikation der nutzerinnen untereinander die natürlich nicht nur über den newsfeed sondern über multiple kanäle passiert es gibt auf den meisten social media netzwerken von der one to one kommunikation also direct messages bis hin zum mehr oder weniger öffentlichen newsfeed und allen möglichen zwischenformen öffentliche nicht öffentliche gruppen und so weiter sehr viele strukturierende informationsdiskussions konversations strukturierende mechanismen der dritte teil sharing auch ein ganz wesentlicher aspekt von social media plattformen also das teilen von wie sie es auch vorher gelesen haben in den merriam-webster und wikipedia definitionen das teilen von informationen ideen werte haltungen und technisch technisch verwendet durch das veröffentlichen von inhalten oder natürlich auch durch den share button für das resharen sozusagen der vierte bereich presence der ist schon nicht mehr ganz so offensichtlich das hat viel zu tun mit sogenannte geodigitaler augmentierung also das zusammenbringen der digitalen sphäre mit unserer geografischen location je nachdem wie sie google nutzen welche daten freigegeben sind sehen sie auf google maps die aufenthaltsorte ihrer bekannten freundes kann man auch temporär aktivieren linkedin bietet über den client die möglichkeit wenn sie auf business veranstaltungen sind automatisch linkedin nutzer oder kontakte in der nähe zu identifizieren es gab und gibt auch social networks die sich primär auf diesen auf diesen bereich fokussieren forsqaar beispielsweise facebook hat die places wo man auch ein checken kann in geschäften das sind alles solche bridging mechanismen zwischen der rei alter falls eine analogen physischen und der digitalen welt der welt ist auch real fünfter punkt sind die relationships social media plattformen bilden auch die beziehungen zwischen nicht nur zwischen personen sondern auch zwischen personen und brands ab in unterschiedlichen mechanismen realisiert auf twitter wäre das follow auf instagram genauso das heißt sie zu einem öffentlichen account sprechen sie folgen denen und kommen dann die informationen auf facebook und linkedin ist eine connection anfrage two way also gegenseitig das heißt sie schicken oder bekommen sie und sie oder ihr zukünftiger ihre zukünftige connection oder ihr zukünftiger friend muss diese anfrage dann akzeptieren unterschiedliche arten wie das abgebildet wird aber letztendlich werden solche relationships ja durch durch social media netzwerke auch bis zu einem hohen grad externalisiert und zumindest für die betreiber sichtbar gemacht facebook hat dafür den begriff social graph geprägt also diese abbildung die repräsentation der beziehungen zwischen personen entitäten brands im digitalen bereich linkedin nennt das ganze naheliegender weise economic graph sechste bereich reputation reputation oder ruf es ist vor allem im natürlich vor allem im geschäftlichen bereich spielt digitale reputation auf ganz in ganz pragmatischer hinsicht eine große rolle wenn sie ein meeting ein geschäftliches treffen mit jemanden haben und den sie noch nicht kennen dann ist die wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch dass diese person sie vorher googeln wird und vermutlich auch vice versa das ist ihm da gibt es eine ganz aktuelle untersuchung in den benelux staaten da machen das inzwischen über 90 prozent aller befragten bei uns sind noch nicht so viele aber nichtsdestotrotz wenn sie namen von jemandem google und er oder sie ist aktiv auf instagram auf facebook auf linkedin auf twitter und hat öffentliche profile dann tauchen die auch sehr prominent auf und werden damit sozusagen auch zu einem teil der öffentlichen reputation im unternehmenskontext auch ganz spannend job interessenten die die company pages von unternehmen aufrufen dort nachzusehen ob aktuell jobs ausgeschrieben sind gehen zu unterschiedlichen prozent setzen je nach land im dachraum 30 prozent in großbritannien 60 prozent anschließend auf die suche nach accounts der geschäftsführung und schauen was posten die also das gehört sozusagen damit schon untrennbar zum unternehmensruf wir denken ja in den meisten fällen geht ihnen vielleicht nicht anders wie mir beim beim recruiting in erster linie an wenn ich nicht bewerbe wie kann ich einen job bekommen unternehmen haben aber das umgekehrte problem natürlich je nach branche ist es schwierig bis unmöglich qualifiziertes personal zu finden gerade im programmieren digitalen bereich sehr schwierig und da muss man sich als unternehmen auch entsprechend interessant machen das brauche ich ihnen vermutlich nicht zu erzählen der reichen mittlerweile erreicht die bezahlung längst nicht mehr aus gerade ihre generation und das finde ich finde ich sehr sehr sympathisch dass sie das schneller schneller gelernt haben als wir will etwas sinnvolles machen kann man kann man nichts dagegen sagen und der siebte bereich schließlich groups oder gruppen diese communities oder sub-communities man kann nicht sagen facebook ist als ganze seine community wird erhofft als der wäre facebook ein staat wer ist der größte staat der welt wird erhofft zitiert es gibt auf diesen social media plattformen noch zusätzliche gruppen und damit meine ich jetzt nicht nur die gruppen die aber solche bezeichnet werden zb facebook gruppen linkedin gruppen auf instagram und twitter gibt es keine gruppen in dem sinn sondern auch andere strukturierungsmechanismen ich würde auch sagen zu diesen gruppen thema zählen genauso hashtags rein weil sie ja über die nutzung eines hashtags sozusagen entsteht auch eine community wenn sie so wollen alle nutzerinnen die diesen hashtag in ihren inhalten verwendet haben und was hat es jetzt auch sich mit diesen sieben building blocks von social media die würde ich mir übrigens an ihrer stelle für die prüfung recht genau ansehen sie sind es ein überschaubarer bereich die dienen so als eine art kategorie um auch zu entscheiden ist etwas ein social media service oder nicht und entscheidende punkt ist es müssen sie werden wenn sie einzelne social media plattformen analysieren sehen dass nicht alle diese sieben building blocks bei jeder plattform im selben ausmaß ausgeprägt sind in dieser übersicht sind zum beispiel bei linkedin da steht ganz klar die identity im zentrum und es ändert sich jetzt ein bisschen weil linkedin strategisch auch sehr viel mehr in richtung sharing content creation förderung von content creators geht und da wird vielleicht das sharing etwas zunehmen es gibt aber auch alle anderen aspekte bei foursquare geht es ganz stark um den bereich pressen das ist dieses netzwerk wo sich jedem lokal bei orten einloggen identity spielt dem gegenüber eine untergeordnete rolle und die relationships wenn man sich youtube anschaut da steht ganz klar sharing im vordergrund also das veröffentlichen von videos und auf facebook sind es wohl die relationships die die zentrale rolle einnehmen das heißt social media plattformen fokussieren sich auf unterschiedliche kernbereiche aber bei den meisten social media plattformen findet man zumindest rudimente aller dieser sieben social media building blocks ja das wäre es jetzt auch schon mit den definitionen ich glaube das ist eine recht pragmatische mit der man ganz gut arbeiten kann er ist ja bei rt sind viele von uns manchmal auch nicht direkt zu kennen entsprechend recherche kann man lernen das ist ganz entscheidender punkt zu unserer vorherigen diskussion das hat natürlich alles sehr viel mit media literacy zu tun und ich habe gerade ich diskutiere häufig mit didaktikern in diesem bereich werde immer wieder gefragt ob ich nicht lust habe in schulen kids zu erklären wie man social media richtig benutzt und sagen hau gut 1 aber letztendlich geht es natürlich darum sich zu sensibilisieren und es wenn sie sich mal mit den mit den fact checker mechanismen mimikama und so weiter beschäftigt haben es gibt natürlich gewisse kriterien und anhaltspunkte aber in vielen fällen bleibt eine gewisse restunsicherheit es gibt keine gewissheit dass nicht nur totalitäre systeme fehlinformationen verbreiten wissen wir nicht nur durch die pentagon papers selbstverständlich den vermeintlich getöteten säuglingen im ersten und den massens vernichtungen im zweiten weltkrieg genau das ist ja übrigens auch so eine sache ich glaube gestern habe die diskussion verfolgt zwischen job und westenthaler auf oe24 ist immer sehr sehr interessante politische diskussion weil beide diskutanten immer hervorragend vorbereitet sind mit mit aktuellen zahlen und daten und ich weiß gar nicht ob das ob das der job oder westenthaler gesagt hat man wird dann in einigen jahren feststellen was propaganda war was stimmt ukraine sagt er sind bisher 20.000 russische soldaten getötet worden man kann diese zahlen nicht verifizieren und sie haben vollkommen recht was diese dieser incident im ersten irak krieg den sie da ansprechen können sich einige von ihnen vielleicht auch noch daran erinnern diese bilder gingen ja wirklich um die welt von der krankenschwester die in der säuglingstation stand und saddam hat die säuglingstation überfallen sozusagen ist pretty much the worst anyone can do glaube ich auf der moralischen skala und viel später fünf oder sechs jahre später hat sich dann herausgestellt aufgrund der recherche eines sehr engagierten journalisten dass die besagte name eine amerikanische schauspielerin und die säuglingstation schon lange nicht mehr in betrieb sondern im wesentlichen eine filmkulisse war aber so generiert man natürlich sentiment und kann ich auch nur unterschreiben nicht nur in totalitären systemen werden medien zur manipulation verwendet und dann abschließend zu heute zu dem thema welche welche aspekte welche definitionen treffen auf social media zu möchte ich sie auch noch darauf hinweisen es gibt natürlich neben diesen großen kandidaten über die wir häufig erwähnen weil sie in populärsten social media netzwerke sie noch eine ganze reihe von nischen angeboten wie gesagt die links folgen alle das finde ich auch sagen sie gesehen ich lade die seite neu dann steht da überall 0 ich mache es noch mal sehen sie was sie hier sehen ist ein ist eine echtzeit anzeige des umsatzes dieser unternehmen also seit ich reload habe hat apple gerade 80.000 dollar verdient facebook 11.000 dollar apple verdient wirklich gut mit itunes amazon 76 also das sehen sie das ist schon ein recht beträchtlicher ökonomischer faktor als youtube noch vergleichsweise schwach dabei aber die gehören ja zu google also suchmaschinen werbung da ist schon wirtschaftlich sehr sehr viel in bewegung alibaba bei uns nicht so im fokus auch bei den sehr großen playern dabei snapchat vergleichsweise bescheiden aber wie gesagt das sind echtzeitdaten rückgerechnet aus den jeweiligen quartalsberichten die diese börsennotierten unternehmen natürlich veröffentlichen müssen wie gesagt es gibt daneben eine ganze reihe weiterer social media networks vielleicht nicht so populär aber in manchen nischen sehr sehr stark beriscope ist ein gutes beispiel dafür ist eine video streaming app die relativ bescheiden ist von den registrierten nutzern her nur unter anführungszeichen 10 millionen nutzer international aber dafür 9,3 millionen live streams pro monat und das manche machen mehrmals monatlich aber im durchschnitt macht da fast jeder nutzer sozusagen einmal im monat einen live stream es gibt neben youtube auch andere video plattformen wie vimeo beispielsweise es gibt social media netzwerke die sich an ganz spezifische zielgruppen richten sehr populär in der in der entsprechenden community in den letzten monaten in den usa beispielsweise wellens das ist eine art linkedin für für afroamerikaner spezifisch da geht es auch darum quasi start-ups jobs und so weiter auszuschreiben und diese community zu vernetzen dann kann man sich fragen ob das sinn macht so etwas in eine eigene community auszulagern ist aber sehr sehr erfolgreich auch eine definitiv eine nische ist an tippt auch recht populär in der letzten zeit das ist ob man es glaubt oder nicht eine community eine social media plattform die sich ganz dem thema bier widmet das heißt man kann dort verschiedene biersorten reden und sich über bier austauschen vermutlich ein ergiebiges thema für biertrinker es gibt elfa auch eine art linkedin allerdings spezifisch für frauen gebaut gehen da muss man sich mal fragen sollten wir in richtung inklusion gehen oder subcommunities bauen aber wie gesagt recht erfolgreich was vielleicht auch noch erwähnenswert ist weil es eine sehr sehr weiß ich um eine sehr untypische social media community handelt ist diaspora bei den social media building blocks gehört ja auch dazu das oder bei fast allen social media plattformen ist es eben so dass der anbieter facebook oder youtube oder wer auch immer die entsprechende infrastruktur betreibt und sie die nutzen diaspora war und ist der versuch ein social media netzwerk zu dezentralisieren das heißt das läuft auf ganz vielen verschiedenen servern und wenn sie zufällig einen server zur verfügung haben dann können sie auch kapazitäten zur verfügung stellen ausgehend von der idee dass nicht nur das system das distribuiert läuft sondern dass auch niemanden gibt der zentral zugriff auf alle diese daten hat damit dem nutzer mehr kontrolle geben möchte das geht allerdings mit durchaus beträchtlichen komfortverlust einher war zum launch kurzfristig sehr populär kommt aber nicht annähernd an die zahlen der anderen großen social media netzwerke ran ja die die networks die vorgelesen habe das sind aus einem aus einem übersichtsartikel ich verlinke ihnen den auch das ist dasselbe artikel auch die umsatzzahlen drin sind das folgt alles im moodle gemeinsam mit der zusammenfassung und damit sind wir auch schon fast am ende der heutigen vorlesung ein paar worte noch zu der übungsarbeit auch die stelle ich ihnen heute online abgabezeitraum sind drei wochen wählen sie sich zwei social media networks aus die sie selbst benutzen das können welche von den großen sein es können aber auch welche exotischere kandidaten sein und beschreiben sie auf zwei seiten also jeweils eine seite pro netzwerk worin die stärken und spezifika dieses jeweiligen netzwerk liegen welche social media building blogs jede größte rolle spielen und was ihre persönliche motivation ist das jeweilige service zu benutzen folgt dann auch schriftliche moodle gemeinsam mit aufzeichnung und zusammenfassung in diesem sinne danke fürs live dabei sein ich wünsche ihnen noch einen schönen donnerstag und dann später ein schönes wochenende wir sehen uns nächste woche bis dahin auf wiedersehen